Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir zocken heute, ja wir, BlockchainLP und ich als alias Carpaccio Gaming Let's Play, zocken heute Battlefield 4, beziehungsweise er spricht nur mit und ich zocke. Und wir gehen mal als Sturmsoldat in diese nette Karte, Firestorm 2014, Eroberung. Einfach mal rein, ich weiß nicht wo wir rauskommen. Und wir haben einen Heli schon gefunden. Ist zwar kein Geschützschubschrauber, aber egal. Heli ist immer cool. Naja, würde ich auch sagen. Ich flieg den jetzt mal so. Was ist, ich will mit! Ja, Pech. Pech, warum nicht? Da wollte gerade einer mit, der ist gescheitert. Oh, und der hat sich jetzt geschnappt oder was? Nee, der wollte mitfliegen mit dem Heli, was? Achso, okay. Alter, da rutsch ich mich jetzt ab, gehst du auf. Hey, danke! Einsatz in den Alpha ist neutralisierend worden. So. Ich flieg hier einfach so ein bisschen nach. Ich will jetzt auch ein bisschen üben. Ich will hier ein bisschen anders als die Karte, ja. Oh, jetzt werde ich fast so reingeflogen. Wo? Ich bin im Hügel. Nee, ich will jetzt mal die Landung noch probieren. Das probiere ich jetzt in meinem eigenen Lager. Die Landung war etwas zu hart anscheinend. Ich bin leider nicht sterben. Es war zu hart für meinen Protagonist. Okay, und wir treten wieder bei. Jetzt wieder ein Heli. Nee, aber hier gibt es Chats. Dann bin ich noch behinderter. Warten wir mal auf den Chat. Und guck mal, was man jetzt, äh, klar hat. Alter, der Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle. Hat die schon ganz geil. Ja, richtig geil. Muss man schon sagen. Du hörst das gar nicht. Ich will da drüber. Man müsste jetzt ja Löcher im Asphalt zähnen. Naja gut, man kann nicht alles verlangen. Ah, hier ist ein Heli. Und wo ist ein Chat? Ich will ein Chat. Na gut, dann gehen wir mit dem Heli. Auch, dann hat es jetzt hier was anderes überfallen. Dann nehmen wir einen Panzer. Der Panzer ist immer gut. Ach, ich bin gar nicht Fahrer. Egal, natürlich hoch. Geschütz halt, das ist auch egal. Irgendwie hakeln die Panzer. Wir haben ein Einsatzziel, bravo, erobert. So. Hier feuert. Können wir aber durch, oder? Wir kriegen doch Feuer. Alter, guck mal, guck mal. Macht eine ganze Sache hier. Boah, der kann gut fahren. Ein Einsatzziel, bravo, ist verloren. Warum explodiert der Tank? Das ist ja late. Ich glaube, ich werde jetzt die Kamera links oben platzieren, weil da ist nämlich nichts, was es überdecken würde. Ja. Okay, kannst du machen. Ja, das probiert sich da ganz gut an. Ich hätte jetzt eine GTA lieber auch rechts oben oder so fahren sollen. Weil da hat es immer dieses Handy überdeckt. So, wenn es hier ein Gegner ist, denke ich, ich hätte auch dieses Essen. Fahr da mal einfach durch. Genau. Oh, ich bin hier in einer Map, die zerstört werden kann. Ich glaube, ich lade mir jetzt erstmal, ähm, 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 Parkrun 3 auf. Eigentlich wie viel Gigabyte hat. Wie viel Gigabyte hat es. Wow. 12 Stunden, 22 Minuten. Das würde ich dann lieber mal über die Nacht laufen. Ja, ich denke, ja, ich denke mal so. 12 Gigabyte hat es schon. 14 Gigabyte hat es schon. 10 Sekunden. 15és. 14 Johto. 16 Jahre lang. 149. 149. 159. 159. 159. 169. 159. 159. 159. 169. 159. 159. 157. 155. 209. ich habe mich gerade hingelegt und der hat mich voll weggesnackt Shit Russia Oh ohne Witz, 3 Stunden am scheiß Film gesessen und der ist nur 2 Minuten lang Da sind aber auch Hammer-Effekte drin, ey Hollywood 3, oder? Ja auf jeden Fall Was ist denn, äh, bearbeitet? Sonne Vegas Wir haben Eintagsziel Bravo neutralisiert Kann man auch gut rendern, glaube ich, bei uns, oder? Das glaube ich jetzt wohl nicht Machst du es gelöscht aus Versitz? Was denn? Alles ist weg Alles ist weg Oder was ist denn los? Das funktioniert irgendwie nicht Ja Oh, hier geht's ja ganz schön steil, Leute Und jetzt muss ich wahrscheinlich wieder die Hälfte neu machen Oh, jetzt bin ich tot Okay Ich würde mal gerne jemanden umbringen, das ist ja eigentlich der Zweck von dem Spiel Aber nein, hier läuft man nur rum Und wenn man mal Und wenn man mal Aha Jetzt bin ich komischerweise tot Wahrscheinlich Aufgrund des Fallschadens Denk ich mal Okay Also ich schlag mich bisher natürlich Unglaublich Also Ich glaube es ist noch keiner geboren, so wie ich hier, als Meister Also es ist ja wirklich hier Ja, komm, 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 komm Feier Feier dich nicht zu stark Tue ich überhaupt nicht, ich habe zweimal Ich bin zweimal gefallen und habe Mach keinen Umgebracht In dem ganzen Spiel nicht Es ist ziemlich bitter eigentlich Weil ich habe auch noch fast keine Feiniges Oh Wie geil Was ist das? Ich wollte gerade so eine Treppe hoch Und ich habe sie mir kurz davor selber weggesprengt Nicht verhindert Das war eine sehr kluge Aktion Herr Hahn Einsatztier Bravo wurde neutralisiert Ich sehe gerade wie mir das gefehlt hat Das ist schon schön Boah, die hämmer rein, ey Meck Ja, die Marken haben das schon ein brutales Ding Ja Es war eine ganz normale Schusswaffe Aber die ist schon gut klar Ja, ich habe da gerade so eine Wand durchgeschlagen Eins Zwei, drei Vier 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 Schuss Dann ist der Marsch Ich habe den falschen Flieger genau endlich deiner aktuellen Position gesichtet Grosse Scheiße Da ist es Hier steht Wir sorry An Error Has ocult With the following clip on the timeline User Run Videos Film Projekt Der Hobbylose Film Muzzleflash Straight Warum nicht? Ist das irgendwie behindert oder was? Ich versuche gerade ein Heli runter zu holen. Ich habe keine Ahnung was da ist. Da habe ich einfach ein Auto von mir gefahren. Ich habe so ein Fahrzeug kill, gibt ganz schön Kreuz. Wir haben einsam den Kammer verlaufen. Die Personen hier konzentrieren. Oh das ist krass. Wir sind noch so ein Tanzer hier. Und ich bin schlechter denn hier ja. Also ich schlag mich sehr fein. Das ist schon ganz krass. Okay. Okay. Ach wartet mal. Ich mach mal gerade hier ähm verlegen. Ich werde leider sterben dabei. Aber ich würde gerne einen anderen Stützpunkt. Und da wo die Helis waren ja. Ja ich bin im Kampf gefallen. Das wissen wir. Waren die hier die Helis? Ich glaube schon oder? Fight! Ja ich fighte hier. Da ist schon mal ein Panzer. Ich war auf der Map noch nicht so oft. Alter wie geil das einfach nur aussieht. Da oben auf den Kran würde ich gerne. Als Sniper. Ich hab nicht Kontakt für den feindlichen MG Schützen. Östlich von dir. Das ist bestimmt sexy da oben als Sniper zu sitzen. Und bist du Fett am verzweifeln? Ja. Glaube ich ja. Was? Da komm ich nicht durch. Ich schwöre mal. Mit der... Mit der Magnum geht alles. Ich glaub meine Stimme versagt langsam. Gar nichts passiert. Gar nichts passiert. Aus Zicken. Feindlicher Panzer. Östlich von dir. Ich raffe den Scheiß nicht. Ich raffe ehrlich nicht diese Scheißen reinzeln. Kann ich doch leichter haben. Egal. Ich trink einen Schluck. Dann gehts vielleicht wieder. So. Weißt du, bis ich das Video hier abbringe? So. Jetzt habt ihr mich noch beim Trinken beobachten können. So. Und jetzt gehts weiter nach oben. Ist übrigens ziemlich scheiße aus. Wie der so die Treppe hochgeht. Oh. Ich hab einen feindlichen Panzer genau östlich in der aktuellen Position gesichtet. Okay. Okay. Achtung. Einsatz in Bravo wurde neutralisiert. Oh scheiße. Irgendjemand die Wand an. Nein. Oh, ich muss andersrum. Ich will jetzt hier natürlich nicht runter klatschen. Anscheinend ist nördlich deiner Position. Feindliches Flugzeug unterwegs. Nichts mehr. Alter. Das ist ein Raketen anziehen. Aber ich kann sie nicht einsetzen. Ich muss mich dann gleich wahrscheinlich Chat oder sowas angreifen. Ich hasse diese scheiße. Alter. Ich schreibe jetzt. Oh. Oh. Witzig gemacht. Richtig. Ach. Du weißt nicht wie ich jetzt gleich. So, ich würde jetzt so schön ausziehen. ich muss mal kurz auflegen, also bis gleich so, da war ich kurz weg jetzt bin ich wieder da und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt aber auch hier und hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal, ciao, haut rein, Leute